hallo und herzlich willkommen bei reddog gamble ich bin heute auf die jahre machen ticket und heute habe ich das spiel star trek fleet command ich werde das spiel mal starten voll betreiben und ich hoffe dann geht es auch gleich los mein alter account fortgefunden also war sofort dort gott sei dank dass solche spiele gibt wo nur ein locken braucht zack und fertig bei anderen spielen bisher muss erst tutorial spielen da musst du noch suchen aber den sofort mein account 1 1 dann da ist es gucken Einmal aufgelevelt, ist ja sowas für erstmal eine Daily, ne, Tagesziel, ne, diesmal nicht, hm. Gewinnmachtsnabe, das, äh, Gewinne am 8, das ist, äh, da schaue ich nicht, äh, Häuser, dann werden wir mal gucken, was wir hier ausbauen können, hm, da, hm, schön. Ich probiere mal den ausbauen, verbessern. Warte mal, war er nicht fast mit, ne, den hatte ich schon letztes Mal gemacht, gut. Alles richtig, alles richtig, abholen, Geschenke abholen, das ist doch auch immer schön. Geschenk, ansehen, hm. Okay. Geht nicht. Machen wir grad das zweite Gebäude. Leistungsprüfung. Ah, um zwei Level. Ja gut, dann muss da ja nochmal ein Level her. Zack. Level 5. Befördern. Machen wir auch später. Bibi. Bibi. Der erste Meilenstein. Forschung. Mh. Da finden wir diese, das hier. Wo kriege ich die her? Mineralressourcen. Mineralressourcen. Die Kristallnimmel. Weißt du was? Die beiden finde ich, aber den irgendwie nicht. Ha. Ja. Lüb. Auch nicht. Oh, das kann ich. Dann mach ich doch den. Nach ganz hinten. Da, Allianz, Solidarität, ich bin in keiner Gilde drinne. Oh, die hat gerade die Höhle abgehabt bei mir. Zwei Stück sogar. Jetzt kurz gucken, überlegen, Allianz. Ich bin in keiner Allianz drinne. Ich bin traurig. Ich bin traurig. Die German Allianz. Ich bin traurig. 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 Ich habe das Bild gar nicht geändert. Na egal. Sieht gut aus. Okay, haben wir das gemacht. Jetzt, wenn ich draufgehe, direkt Allianz. Schön. Ich bin traurig. Und ich bin traurig. Ich bin traurig. Und da rauf zu gehen. Sie sind dabei. Da, da, da. Sie war dabei. blündern die vier stunden ruhe naja okay ich möchte jetzt nicht vier stunden warten und das jetzt hier also weiter besiege zehn schiffe level 10 ok dann gehen wir erst mal nach karl hat es hier rein und da ist eine 10 am finger doch dahin hier war nur 9 9 11 zwölf ist ich bleibe hier bei denen beide entfliegen und das war der arbeiter man sieht das hier auf der rechten seite und ne da ist der arbeiter da links zieht man was wo sind die schiffe da da könnte nicht schneller fliegen war ich da schon mal drinnen ich glaube nicht zwei quäste sind da drinnen ist gut ah was bedeutet das hier ah hier sehe ich was ich da ernten kann oder abbauen da nichts da kann ich das grün abbauen da gibt nichts ja ich habe es gefunden leute ja und drinnen bin ich perfektos ok ich muss ich habe vorher nachgeschaut ob das passt oder nicht aber wird bestimmt schon passen Niederlage nein es wird doch nicht passen aber mit dem fliege ich jetzt woanders hin und zwar hier hin da krieg ich den her Kurs Pippie Ok oh da bin ich erstmal fliege ich hin zu den questern da habe ich so voll viel ressourcen da ist noch eine quest stärke 2300 stärke weiter unten gleich stark ich bin ganz bisschen stärker keine ahnung ob ich das schaffen würde wie stark ist er gegen diese stark super hinfliegen der ist immer noch unterwegs gleich die lebensreiche anschauen ach ging ja fast gar nichts weg level 11 bis 2300 normaler kampf da ist noch eine szene er ist da oder okie okie wo wo 16 feet ne nehm ich nicht an so weit bin ich nur wirklich nicht wo sind die sachen zum abbauen oder ist das die sonne die sauer klein ja 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 ich finde hier nichts wo ich das abbauen kann vielleicht ist es ja mit in diesen wolken dabei gut gut orten nummer 2 haben wir ja 11 was ist denn das hier für eine oder da bin ich schwach gegen oh da bin ich schwach gegen die erbe sind mir so stark dann dann ja nur erstmal den neuner hier dann kommt die neue wenn der es zerstört ist sicher vor ein elfer ja ein zehner kein elfer kein elfer ja ich brauche ja zehner am besten die mit den sternen boah der braucht neun stunden ab das ist aber ne lange zeit bin ich denn neun stunden schon wie erst zu hause nein ne 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 ok dann werden wir gleich den nächsten Oh, ein blauer. Sehr schwer. Ich gehe jetzt mal einmal herum in den Kreis und schaue, ob ich da so einen in Level 10 finde. Wenn nicht, dann greife ich die ganzen Level 9 an. Ich gehe hier in den Kreis, weil ich da in Level 9 oder 10er finde, kaputt machen mit den Sternen. Nicht diese, obwohl die sind sehr einfach auch. Die nicht mehr, die sind normal. Na gut, dann werde ich alle kaputt machen. Alle 9er. Da ist doch schon ein Level 10er, siehst du. Das wäre Nummer 3. Hier ist ein Gegner. Oh, was ist jetzt so? Achso, ich habe mir den Bericht angeschaut. Ach, den brauche ich nicht. Ich habe noch halbe Energie. Hier ist ein bisschen noch ein bisschen. Und da ist alles, was ich muss jetzt? Ich habe noch mal einen, der wir noch nicht tun. Da ist jetzt hier, wo wir noch nicht. Ich habe mich noch eine kleine Beine. Ich habe noch einen Teil von mir. Achso, das ist nicht mehr. Ich habe noch ein paar Beine. 10 von 10 Plätze verfügbar. Ok, da war noch einer, da gleich der Nächste. Ich muss gleich umkehren. Ich muss umkehren. Steht nur noch einfach da. Obwohl, einfach geht ja auch noch. Ich finde einfach nicht. So, noch einmal gucken und dann losfliegen. Oh mein Wecker, ich muss aufstehen. Guten Morgen Stefan. Jo, gut geschlafen. Och, jo. Ok, dann werde ich mal mit denen eine Biege machen und Rückruf machen. Hier mal ein Geschenk abholen. Habe ich die Quest leider nicht geschafft heute. Alles da, was man braucht oder auch nicht. Oh, ist doch schon viel besser. Na ja, wir müssen jetzt in der Galaxie nach Hause. Der arbeitet noch neun Stunden. Ei, ei, ei. Hm, das war gleich der falsche gerade, ne? Und da muss ich hin. Ok, letztes Mal hatte ich glaube ich noch ein neues Schiff gebaut. Fährt mir gerade so ein, ne? Wollen wir mal gucken. Welches war denn das? Was ist das hier? Pintra? Hm. Hatte ich nicht ein Schiff gebaut? Keine Ahnung. Nicht mehr da. Ich weiß es nicht. Ach ja. Das ist das Hauptgebäude. Ist auf Level 10. Ist auf Level 10. Das Ups-Gebäude. Kann ich davon nicht mal welche bauen? Ne. Es muss Ups-20 sein. Boah. Wie lange dauert das denn? Guck, ich hab jetzt gerade mal den hier. Der ist nachher auf Level 10. Und dann noch den um 2 Level. Oh. Das dauert. Ewigkeit. Reparieren. Äh, Reparatur. Ich brauche Hilfe dabei. Auch wenn keine Energie ist. Aber ich brauche Hilfe. Gut. Dann würde ich mal sagen, das war's für heute. Ich beende das Spiel. Ich hole mir mein Ticket jetzt ab. Und sage Dank. Schön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr bei euch seid. Bis dahin wünsche euch viel Spaß. Und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.